So, es ist 20 Uhr. Wir werden dieses Training oder diese Präsentation jetzt starten. Wir haben heute Abend wieder einen Ehrengast mit uns, der Prof. Dr. Peter Dartsch vom Dartsch-Scientific, wo uns heute Abend nach dem tollen Training über Alpha und Beta über ein anderes Produkt sprechen wird, das Produkt macht in den letzten Wochen wirklich auf, wenn ich sehe, was auf Social Media gepostet wird für Testimonial, da bin ich mal sehr gespannt, was die Studie jetzt sagt, um diese Studie da, sagen wir, zu verteidigen oder zu erklären, möchte ich heute Abend unser Ehrengast bieten, jetzt in den nächsten Minuten das Produkt Quantag vorzustellen. Also, Herr Prof. Dr. Dartsch, Sie sind dran, Sie dürfen starten. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Jerome. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz herzlich, heute wieder nach einer Woche, exakt einer Woche zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, wieder da sein zu dürfen und Ihnen ganz erstaunliche Dinge über ein Armband mit dem Namen QuantArc erzählen zu dürfen. Wir haben hier die biologische Verträglichkeit, also die Biokompatibilität getestet und die Wirkung des Armbandes bei oxidativem Stress. Das Ganze, wie auch beim Alpha- und Beta-Essenz, mit organspezifischen Zellkulturen, auf die ich dann gleich noch ein bisschen näher eingehen werde. Nächstes Bild, bitte. Zunächst einmal möchte ich mich ganz kurz vorstellen und auch die Firma, das Forschungsinstitut, in dem ich als Leiter, als Direktor und Wissenschaftsmanager tätig bin. Ich selbst bin von Haus aus Biochemiker, habe eine, habe habilitiert in Humanphysiologie vor vielen, vielen Jahren und auch eine Professur für Humanphysiologie an der Universität Tübingen gehabt. In der Zwischenzeit bin ich im Ruhestand, aber nach wie vor noch sehr aktiv bei der Dutch Scientific, dem Institut für zellbiologischen Testsysteme, ein privates Forschungsinstitut, was in ganz verschiedenen interdisziplinären Bereichen der Medizin, der Biochemie, der Physiologie, der Biologie und der Chemie tätig ist. Das Ganze seit über 20 Jahren und zwar ausschließlich mit tierversuchsfreien Methoden, das heißt mit Zellkulturmodellen, die wir auch zum Teil entwickeln, zum Teil bereits Entwickelte weiter etablieren und auf diese Art und Weise Untersuchungen und Vorhersagen über Wirkeffekte von Produkten machen können. Nächstes Bild bitte. Zunächst einmal ein paar Worte zur Kultivierung von Zellen in der Grundlagenforschung und in der experimentellen präklinischen Forschung. Die Zellkultur beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit der Kultivierung von menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Zellen in einem künstlichen Mehrmedium außerhalb eines Gesamtorganismus. Dabei können ganz unterschiedliche Zelltypen aus den verschiedenen Organen oder Geweben sowohl isoliert als auch kultiviert werden. Man unterscheidet auch grundsätzlich zwischen sogenannten Klimärzellen, das heißt Zellen, die eine Lebensspanne von nur wenigen Verdopplungen haben, die frisch isoliert wurden oder auch sogenannten Zelllinien, mit denen man reproduzierbare Untersuchungen, da gibt es keine individuellen Schwankungen, wie bei frisch isolierten Zellen machen kann, die über viele Passagen, so nennt man das, viele Passagen, wo die Zellen umgesetzt werden, in neue Kulturschalen durchgeführt werden und so auf diese Art und Weise gleiche Ausgangsbedingungen auch in verschiedenen Labors geschaffen werden können. Die Zellkultur ist in der wissenschaftlichen Community, wie ich hier geschrieben habe, in vielen Bereichen als Ersatz für Tierversuche anerkannt und erlaubt Voraussagen, zu Wirkungen in einem Gesamtorganismus oder auch genauere Untersuchungen von Wirkmechanismen, die auf diese Art und Weise dazu beitragen können, die Black Box, wenn etwas wirkt, aber man weiß noch nicht genau, wie, diese Black Box ein bisschen mehr Licht in dieses Dunkel hineinzubringen. Diese Zellkulturuntersuchungen können in ihrem experimentellen Design an verschiedene Testsubstanzen oder Gegebenheiten angepasst werden. Das ist der große Vorteil eines Forschungsinstituts, weil wir hier in der Lage sind, uns genau an diese Gegebenheiten zu richten. Etwas anders sieht es aus, wenn wir nach Normen arbeiten, das werden wir gleich sehen, wo es um die Biokompatibilität, also die biologische Verträglichkeit, gleich gehen wird. Da muss man entsprechend der Norm testen und diese Untersuchungen auch durchführen. Das heißt, der Spielraum ist hier eigentlich gar nicht mehr gegeben und der Name Spielraum sagt es schon. Manchmal sind tatsächlich Untersuchungen, wo man spielen muss, wo man schauen muss, an welchen Ecken und Kanten man möglicherweise hier Ergebnisse erzielen kann. Und das kann unter Umständen schon relativ lange Zeit auch dauern. Nächstes Bild bitte. Wie sehen denn die entscheidenden Geräte eines Zellkulturlabors aus? Ich habe das hier mal ganz kurz ein bisschen exemplarisch dargestellt. Auf der linken Seite sehen wir eine sogenannte Lamina Flow. Das ist eine sterile Werkbank. Man muss sich das vorstellen wie so ein Mini-OP mit einem Überdruck. Hier kann man die Flaschen, die Schalen, die Zellkulturgefäße öffnen, schließen, ohne dass man Kontaminationen von Bakterien oder Pilzsporen befürchten müsste. Dann in der Mitte, ein ebenfalls ganz wichtiges Gerät, ist der Brotschrank. In diesem Brotschrank wird bei 37 Grad Celsius in einer bestimmten Atmosphäre, das hängt wiederum vom Zelltyp ab, hängt auch vom Ursprung der Zellen ab, wo man hier Zellkulturflaschen und Zellkulturschalen inkubieren kann und durch eine zusätzliche Begasung eine pH-Stabilität bei pH 7,4 erreichen kann. Auf der rechten Seite ein Mikroskop. Klar, die Zellen sind relativ klein, die kann man mit losem Auge nicht sehen. Deswegen brauchen wir einen Mikroskop in der Zellkultur. Aber dieses Mikroskop unterscheidet sich von einem normalen, herkömmlichen Mikroskop. Es ist ein Invers-Mikroskop. Da ist die Optik unten und die Beleuchtung oben. Auf diese Art und Weise, das sieht man ungefähr in der Mitte, haben wir eine Stage, eine Ebene, die einen sehr hohen Arbeitsabstand erlaubt, weil einfach die Optik von unten kommt. Und hier kann man dann Schalen und Flaschen reinstellen, bewegen, sich die Zellen anschauen. Das funktioniert mit einem normalen Mikroskop nicht. Nächstes Bild bitte. Hier nochmal etwas genauer eine sterile Werkbank zu sehen. Vorne rechts eine Flasche mit Kulturmedium. Das ist deswegen so rot, weil ein Indikator zugegeben ist. Ein roter Indikator, der bei pH-Veränderungen entweder ganz knallrot wird oder gelb wird, wenn es in sauber hineingeht, sodass man auf Anhieb sofort den pH-Wert kontrollieren kann. Dann sieht man links oben eine Pipettiereinheit, eine lange Pipette, wo das Kulturmedium eingezogen ist, sodass man von Schalen und Flaschen von einer in die andere pipettieren kann. Und natürlich auch die Zellen, wenn man sie mit einer Protease, mit Trypsin abgelöst hat, auf die Art und Weise suspendieren kann und vereinzeln kann und so in neue Kulturschalen aussäen kann. Nächstes Bild bitte. Hier haben wir einfach ein paar Bilder aus dem Brotschrank. Wir sehen links sogenannte Multiplatten. In diesem Falle sind es sechs Lochplatten. Das geht runter bis 384 Lochplatten, wobei letztere eigentlich nur noch von Computerunits gelesen werden können. Bei uns ist bei 96 Lochplatten Schluss. Das geht dann auch gar nicht mehr zu pivotieren. Da braucht man Pipettier, Computer und all diese Dinge. Das würde aber bei uns viel zu aufwendig sein. Dann rechts sieht man Kulturschalen in einer Größe von ungefähr 10 Zentimetern. Nur zur Vorstellung der Größeneinheit und Zellkulturflaschen überall das rote Kulturmedium drin. Nächstes Bild bitte. Wir verwenden verschiedene wasserlösliche sogenannte Tetrazoleumfarbstoffe und messen deren Farbumschlag. Wir haben einen Farbstoff, der ist die Ursprungsfarbe rot und durch Veränderungen im Milieu, sei es durch die Aktivität der Zellen oder die Aktivität von freien Radikalen, wird er gelb. Dann haben wir einen zweiten Farbstoff, der macht einen Farbumschlag von orange nach gelb. Das ist auch hier unten in einer solchen 96-Lockplatte deutlich zu sehen. Wir haben im hinteren Teil noch keine Reaktion. Da ist die Farbe orange. Im vorderen Teil ist es gelb. Dort haben wir eine Reaktion der Zellen auf diesen Farbstoff, nämlich in Form einer Spaltung. Das Ganze misst man dann links an einem sogenannten Microplate Reader oder ELISA Reader. Das ist im Grunde genommen ein Photometer, wo man diese Platten einlegt und wo dann die 96 Vertiefungen, die optische Dichte und damit auch die Änderung der optischen Dichte durch einen Farbumschlag, durch die Spaltung eines Farbstoffes gemessen werden kann. Nächstes Bild bitte. Ich hatte schon eingangs erwähnt, dass wir ein Armband gemessen haben. Jerome hatte das ja auch schon erwähnt mit dem Namen QuantArc. Und hier möchte ich kurz zu den Herstellerangaben zu diesem Armband zu sprechen kommen. Der Hersteller bezeichnet das QuantArc-Armband als ein Hightech-Armband in High-End-Qualität. Es besteht aus Millionen von mikroskopisch feinen Quantensensoren. Diese sind in der Lage, unsere Zellen zu stimulieren und so ihre Vitalität zu erhöhen. Diese Quantensensoren erkennen Veränderungen in den Zellen und senden Impulse für ein besseres Wohlbefinden. QuantArc hat kein Verfallsdatum und verliert nicht an Wirksamkeit. Die bestätigte Wirkung von QuantArc schützt uns vor unerwünschten äußeren Einflüssen, welche unter anderem als Verursacher von oxidativen Stress gelten. Soweit zu den Herstellerangaben, die ich zum Großteil wörtlich übernommen habe. Und das ist auch der Ausgangspunkt unserer Untersuchungen. Inwieweit sind diese auf den ersten Blick etwas blumig wirkenden Aussagen tatsächlich auch von der wissenschaftlichen Seite her verifizierbar? Können wir das Ganze bestätigen, was hier als Aussage gemacht wird? Wir haben uns konzentriert auf einmal die biologische Verträglichkeit des Produktes, weil ein solches Armband trägt man auf der Haut und das in der Regel mindestens zwölf Stunden am Tag oder sogar 24 Stunden am Tag, also individuell verschieden. Kommt es hier zu irgendwelchen Veränderungen der Haut? Ist das Produkt biologisch verträglich? Das ist der erste Punkt, den wir angehen werden. Und der zweite Punkt, über den ich berichten möchte, ist, ich habe es hier schon geschrieben, oxidativer Stress. Das ist in aller Munde. Viele chronische Erkrankungen liegt oxidativer Stress zugrunde. Und die Frage ist, ist das Quant-Ark-Armband in der Lage, oxidativen Stress, sei es, dass dieser oxidative Stress auf uns wirkt, aus der Umwelt, von außen also auf den Organismus, oder sei es aufgrund einer Stresssituation, die wir haben, dass in unserem Organismus vermehrt ein Überschuss an reaktiven Sauerstoffradikalen produziert wird. Auch das ist oxidativer Stress. Nächstes Bild, bitte. Hier habe ich, weil ich es auch optisch sehr ansprechend fand, einfach das Quant-Ark-Armband mal fotografiert. Mit dem haben wir auch unsere Untersuchungen, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde und deren Ergebnisse ich Ihnen gleich zeigen werde, durchgeführt. Nächstes Bild, bitte. Ich hatte schon davon gesprochen, biologische Verträglichkeit oder Biokompatibilität. Was ist das? Man bezeichnet in der Medizin Materialien und Werkstoffe als biokompatibel, die im direkten Kontakt mit lebenden Geweben oder Zellen keinen negativen Einfluss auf deren Stoffwechsel und Vitalität ausüben. Jetzt kommt eine Besonderheit, nämlich üblicherweise gilt dieser Begriff nur für sogenannte Medizinprodukte. Also Produkte, die in den Körper implantiert werden, zum Beispiel Zähne, im Bereich des Bewegungsapparats, künstliche Hüftgelenke, künstliche Kniegelenke, die aus Kunststoffen, Metallen oder Keramik sind, aber auch Schlauchmaterialien und chirurgische Instrumente. All diese müssen nach einer bestimmten Norm getestet werden, die ich hier aufgeführt habe. Das ist die DIN EN ISO 10993-5 aus dem Jahr 2009. Die gilt europaweit. Und dort ist der genaue Untersuchungsablauf mit Zellkulturen beschrieben. Interessanterweise erfolgt dieser Biokompatibilitätstest nach dieser Norm ausschließlich mit Zellkulturen, wobei man in der Regel sogenannte Fibroblasten verwendet. Ich habe hier mal als Zelllinie 3T3 und L929 aufgeführt. Nun ist aber das Quant-Arg-Armband kein Medizinprodukt. Dennoch haben wir die biologische Verträglichkeit dieses Produktes entsprechend der Norm getestet. Ich hatte ja schon gesagt, wenn Sie es mehrere Stunden am Tag tragen, der Hautschweiß kann unter Umständen unerwünschte Substanzen, die hier noch in irgendeiner Form durch die Fabrikation vorhanden sind, solubilisieren und der Körper kann es aufnehmen. Deswegen haben wir diese Untersuchungen durchgeführt, um auf diese Art und Weise die Produktqualität und Anwendersicherheit zu gewährleisten. Nächstes Bild bitte. Wie ist der Untersuchungsablauf? Hier in ganz, ganz kurzen Worten nur. Es wurde das gesamte Armband im Kulturmedium für 24 Stunden bei 37 Grad extrahiert oder wie man auch sagt, eluiert. Dieses Eluart wurde dann in verschiedenen Verdünnungsstufen zu einer Zellkultur von Bindegewebszellen. Hier haben die Zelllinie L929 zugegeben. Nach drei Tagen wurde die Zellvitalität der Zellkulturen morphologisch und enzymatisch bestimmt. Durch dieses Vorgehen wurde das Produkt im Originalzustand geprüft, so wie Sie es auch haben. Das heißt, es wurden auch eventuelle Rückstände der Herstellung oder herauslösbare, solubilisierbare Fremdsubstanzen mitbewertet. Nächstes Bild bitte. Kommen wir gleich zum Ergebnis. Schauen wir uns zunächst einmal die Grafik an. Da sehen wir auf der horizontalen Achse die Eluart-Konzentration im Volumenprozent. Null auf der linken Seite bedeutet, hier ist nur Kulturmedium ohne etwas von dem Eluart. Und 100 bedeutet, wir haben das gesamte Kulturmedium als Eluart dazugegeben. Auf der senkrechten Achse wird der Farbumschlag in Milli-OD, das sind die Einheiten, in denen gemessen wird, die die Zellvitalität repräsentieren, wiedergegeben. Und wir haben Untersuchungen durchgeführt, die auch schon über die Norm hinausgehen, nämlich einmal mit Zellen einer hohen Dichte, das heißt, da waren viele Zellen in der Kulturschale und mit einer geringen Zelldichte, das heißt, viel weniger Zellen in der Kulturschale, wo dann die verschiedenen Eluart-Konzentrationen zugegeben wurden. Und bei einer geringeren Zelldichte ist es in der Regel so, dass die Zellen auch empfindlicher reagieren. Wir haben jetzt die Zellen reagiert, gar nicht. Man sieht hier, für die hohe Zelldichte ändert sich im Vergleich zur Kontrolle mit dem Kulturmedium, also dem Nullwert, überhaupt nichts. Und das Gleiche gilt auch für die geringe Zelldichte, auch wenn wir 100% des Eluarts im Kulturmedium dazugegeben haben. Was bedeutet das? Das Armand ist somit biologisch verträglich. Das heißt, es wurden aus den verschiedenen Materialien keine Substanzen herausgelöst, welche auf zellulärer Ebene eine Schädigung herbeiführen können. In allen Testkonzentrationen hatte der Extrakt keine negative Auswirkung auf die Überlebensfähigkeit und Vitalität der Testzellen. Nächstes Bild bitte. Das sieht man auch hier sehr schön in der Zellmorphologie. Auf der linken Seite sehen wir eine solche Kontrollkultur ohne Eluart. Diese rundlichen Zellen, die viel heller erscheinen als die, ich sage jetzt mal wie Pfannkuchen auf dem Boden liegenden Zellen, sind Zellen, die sich teilen. Das sind keine abgestorbenen Zellen, sondern das sind Zellen, die sich teilen. Und auf der rechten Seite sieht man das Zellkultur mit dem Eluart, und zwar mit 100 Volumenprozent Eluart vom Quantarc-Armband. Es sind keinerlei zytotoxische Effekte erkennbar und bestätigt somit auch das, was wir per Enzym-Test vorab gemessen haben, was ich Ihnen in der letzten Folie dargestellt habe. Nächstes Bild bitte. Soweit zur biologischen Verträglichkeit. Kommen wir zum zweiten Thema, nämlich oxidativer Stress. Ich bin leider des Französischen nicht mächtig, deswegen habe ich hier ein gewisses Problem mit der deutschen Spalte auf links. Insofern werde ich mich gar nicht mal an die Vorlage richten, sondern ich werde Ihnen das einfach so darstellen, was man unter oxidativem Stress versteht. Grundsätzlich oxidativer Stress ist ein Überschuss von Sauerstoffradikalen in einem Gesamtorganismus. Und dieser Überschuss kann durch unsere Abwehrmechanismen, die wir haben, das sind bestimmte Enzyme, Superoxydismutase, Katalase und viele andere, nicht neutralisiert werden. Auf diese Art und Weise bedeutet oxidativer Stress ein Überschuss an nicht inaktivierten Sauerstoffradikalen. Wobei, wie wir nachher sehen werden, es sind nicht nur Sauerstoffradikale, es gibt auch Stickstoffradikale. Da spricht man von nitrosativem Stress, aber den werden wir heute nicht mehr beleuchten. Wir behandeln ausschließlich den oxidativen Stress. Diese Radikale können entweder aus der Umwelt stammen, Xenobiotika, durch Umweltverschmutzung, durch Luftverschmutzung, aber auch durch ionisierende Strahlung, UV-Strahlung, elektromagnetische Strahlung oder elektromagnetische Felder oder auch geopathische Störfälle. Das ist einmal die Umwelt. Das sind die exogenen Radikale, die von außen auf den Organismus einwirken. Es ist aber auch möglich, dass wir einen Stoffwechselzustand haben, zum Beispiel bei Situationen, wo wir Stress haben, oder auch bei Entzündungsprozessen im Gewebe, dass wir hier einen Überschuss an Sauerstoffradikalen haben, die im Falle des Stresses durch unseren körpereigenen Stoffwechsel gebildet werden. Man muss sich dazu vorstellen, dass in den Mitochondrien, ich werde das nachher noch ein bisschen näher ausführen, die Energiegewinnung abläuft in Form von ATP. Das ist Adenosintrifosphat. Das ist genau die Energie, die wir brauchen, damit unser Körper, unser Organismus funktioniert. Und es kann sein, dass beispielsweise in Stresssituationen hier verstärkt dieser Metabolismus abläuft und als Folge davon in diesem Metabolismus verstärkt auch Sauerstoffradikale gebildet werden. Es ist üblich, dass durch unseren Zellstoffwechsel, durch die Energiegewinnung, wir ungefähr 2 bis 3 Prozent Überschuss an Sauerstoffradikalen haben, immer. Nur, die körpereigenen Enzyme sind in der Lage, dies zu inaktivieren, sodass hier keine Gefahr in Anführungszeichen besteht. Anders sieht es aus, wie gesagt, bei Stress. Da produzieren wir viel mehr Radikale und die körpereigenen Mechanismen sind überlastet. Der oxidative Stress, das ist in der wissenschaftlichen Literatur hinlänglich bekannt und auch beschrieben worden, kann die Zellmembranen angreifen, also gewissermaßen eine Lipidperoxidation machen, sodass die Membranen Löcher bekommen, kann bestimmte Enzyme und Proteine angreifen, ist aber auch in der Lage, die DNA und auch die RNA zu verändern und auf diese Art und Weise auch in genetische Gegebenheiten einzugreifen. Es wird diskutiert, zum Beispiel der Alterungsprozess kommt dadurch zustande, aber auch die Tumorentstehung, also die Cancerogenese. Nächstes Bild bitte. Ich habe hier das ein bisschen schematisch nochmal dargestellt. Auf der linken Seite sehen wir die Quellen, die körpereigenen Quellen, da ist auch das Immunsystem dabei, Zellmetabolismus, Mitochondrien, Peroxysomen, inflammatorische Prozesse und die Exogenen, die Strahlung, Chemikalien, Pathogene. Die führen in der Mitte zu den reaktiven Sauerstoffradikalen, kurz ROS genannt. Und da sehen Sie eine ganze Reihe aufgelistet, die alle ein freies Elektron haben und aufgrund dieser Tatsache sehr reaktiv sind. Aber zu den reaktiven Sauerstoffspezies werden auch Substanzen gerechnet, wie zum Beispiel Wasserstoffperoxid auf der linken Seite, was kein freies Elektron enthält, was aber sehr stark oxidativ wirkt, also oxidative Veränderungen. Das sollten wir uns auch im Kopf behalten, weil das war auch ein Experiment, was wir unter dem Einfluss des QuantArk-Armbandes gemacht haben. Gehen wir in dem Schema ein Stückchen weiter runter, sehen wir auf der linken Seite Antioxidantien, die dem oxidativen Stress entgegenwirken können und auf diese Art und Weise weniger reaktive oder eine Verminderung der Zahl reaktiver Moleküle bewirken können. Zu diesen Antioxidantien gehören sekundäre Pflanzenfarbstoffe, viele andere mehr. Die negativen Effekte, ich hatte sie schon genannt, sieht man auf der linken Seite, DNA, RNA, Proteinschäden, Chromosomeninstabilitäten, aber es gibt auch positive Effekte der Radikale, das sollte man nicht vernachlässigen. Diese Radikale sind in der Lage, sogenannte pathogene, eingedrungene Erreger in den Organismus abzutöten. Wie das funktioniert, werde ich nachher kurz noch berichten. Und sie gelten auch als ein Signal für die Regulierung des Zellstoffwechsels. Das heißt, es hält sich hier die Waage und oxidativer Stress ist immer der Überschuss davon. Und das ist das Entscheidende. Nächstes Bild bitte. Wie sehen denn zelluläre Veränderungen bei oxidativen Stress aus? A, oben links, ist eine ganz normale Zellkultur. Das sind die Fibroblasten, die ich eingangs schon erwähnt habe. Man sieht sehr schön dunkel in der Mitte in den Zellkern mit den Nukleoli, das Zytoplasma. Und wenn man diese Zellen unter oxidativen Stress setzt, indem man Wasserstoffperoxid zugibt, dann sieht man unter B schon nach wenigen Stunden, dass die Zellen anfangen, sich abzurunden, abzukugeln. Dass hier mit dem Pfeil dargestellt plötzlich apoptotische Zellen auftreten. Das heißt, Zellen, die in den programmierten Zelltod getrieben werden. Das wird unter C nach etwa acht Stunden noch deutlich verstärkt. Die Zahl der apoptotischen Zellen ist viel größer geworden. Die Zellen sind nur noch mit einigen wenigen dünnen Ausläufern mit dem Boden der Kulturschale verbunden. Und unter D, das ist dann nach 12 bis 24 Stunden, hängt natürlich von der Konzentration ab, sehen wir hier, dass eigentlich nur noch Zelltrümmer, Zellschrott herumliegt. Da lebt nichts mehr, da ist alles mehr oder weniger tot. Jetzt möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass hinter mir, ich weiß nicht, ob das zu erkennen ist, rechts hinter mir steht ein Mikroskop, dieses Inverse-Mikroskop. Vielleicht kann man mich da so einblenden, dass man das auch sehen kann. Ah, ich bin da oben relativ klein. Jetzt, wenn man es größer machen könnte, wäre es schön, weil dann sieht man nämlich ein ganz bestimmtes Detail. Also die Präsentation ist weg. Okay, ja, ja, ja. Es geht darum, dass man mich vielleicht in groß einblendet. Ist groß. Von Olli sagt das. Okay, ich sehe es nicht groß. Also rechts hinter mir sieht man ein solches Inverse-Mikroskop. Und wenn man genau hinschaut, ich halte mal so den Finger hin, sieht man dort eine Inkubationskammer. Und auf der liegt ein Quant-Ark-Armband. Ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist. Manche nicken, okay. Okay. Und dies ist etwas, was ich für Straßburg vorbereite, nämlich mit diesem Mikroskop kann ich Zeitraffer-Aufnahmen von Zellkulturen durchführen. Das heißt, diese Zellkultur da hinten hat gerade oxidativen Stress. Und ich kann aufzeichnen, inwieweit das Quant-Ark-Armband diesen oxidativen Stress verhindern kann oder reduzieren kann. Und das sind dann Videos, wo dann die Zelleffekte über 24 Stunden in 30 Sekunden etwa dargestellt werden. Und das ist dann etwas, das werde ich in Straßburg präsentieren. Nur, ich wollte sagen, Sie sitzen sozusagen direkt an der Speerspitze der Untersuchungen, die direkt hinter mir laufen. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht am Tisch komme, sonst geht mir der Fokus unter dem Mikroskop weg. Aber ich konnte keinen anderen Versuchsaufbau machen. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack für Straßburg, wo man dann in solchen Videos sehen kann, was tatsächlich auf der zellulären Ebene passiert. Wenn wir jetzt vielleicht zur Präsentation zurückkehren könnten. Okay, super. Dann nehmen wir das nächste Bild, bitte. Kommen wir zunächst zu dem oxidativen Stress durch freie Radikale in der Umgebung. Diese Bindegewebszellen, Fibroblasten, die wir verwenden, wurden durch die Zugabe von verschiedenen Konzentrationen Wasserstoffperoxid einem künstlichen, äußeren, oxidativen Stress ausgesetzt. Auf diese Art und Weise haben wir geprüft, ob die gleichzeitige Anwesenheit des Quant-Arg-Armbands einen kompensierenden Effekt hat. Untersucht wurde danach die Vitalität der überlebenden Zellen und zwar nach 24-stündiger Exposition durch einen Test, welcher die Enzymaktivität in den Mitochondrien quantifiziert. Das ist einer von den Tests, die ich eingangs dargestellt habe, wo wir einen Farbumschlag messen können. Die Ergebnisse zeigten die grundsätzlich zu erwartende konzentrationsabhängige Reduktion der Zellvitalität durch das Wasserstoffperoxid. In anderen Worten, je mehr Wasserstoffperoxid, desto größer der Zelltod oder das Absterben der Zellen. Aber die Vitalitätswerte für Zellen, die durch das Quant-Arg-Armband geschützt waren, lagen etwa 20% höher als die der ungeschützten Zellen. Das heißt, das Quant-Arg-Armband hatte offensichtlich unter unseren experimentellen Bedingungen die Eigenschaft, die freien Radikale, die wir zugegeben haben, in Form von Wasserstoffperoxid, zumindest zum Teil zu kompensieren, um etwa diese 20%. Wenn das nicht der Fall wäre, könnten wir uns ja die ganzen Untersuchungen mit dem Zeitraffer hinten am Mikroskop, so wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, sparen. Aber man sieht es auch hier unter dem Mikroskop dann schon sehr schön. Es ist nicht das erste Video, was aufgezeichnet ist, dass tatsächlich das Quant-Arg-Armband die Zellen zum Teil vor dem Wasserstoffperoxid, was ins Kulturmedium dazugegeben wird, schützt. Nächstes Bild bitte. Kommen wir zum oxidativen Stress durch körpereigene Radikale, nämlich durch die Mitochondrien. Wir sehen auf der linken Seite eine Zelle abgebildet, da sehen Sie im unteren Teil den Zellkern, Golgi-Apparat, das sind alles Dinge, die wir jetzt im Moment nicht näher betrachten wollen, endoplasmatisches Reticulum. Uns interessieren die Mitochondrien, die, wie soll ich es aussagen, als ovale Strukturen hier im Zytoplasma eingebettet sind. Und diese Mitochondrien, rechts schematisch dargestellt, haben eine Außenmembran, eine Innenmembran. Dort wird Sauerstoff, Kohlenhydrate und Fette umgewandelt in Energie in Form von ATP. Es entsteht Kohlendioxid und es entsteht Wasser. Das Ganze nennt sich auch Zellatmung und Energiegewinnung. Und ich hatte es schon erwähnt, wenn wir unter Stresssituationen uns befinden, dann kommt es zu einer verstärkten Produktion auch von Energie. Dann sind wir unruhig auch. Diese ganze Vitalität hat sich verändert und gleichzeitig wird auf diese Art und Weise auch mehr Sauerstoffradikale produziert, weil der Energiegewinnungsprozess in der Zelle, in den Mitochondrien produziert immer auch Sauerstoffradikale, die aber normalerweise durch unsere körpereigenen Enzyme entgiftet werden können oder inaktiviert werden können. Nur beim Überschuss wird es kritisch. Nächstes Bild bitte. Und dann haben wir noch einen anderen oxidativen Stress durch körpereigene Radikale, nämlich durch sogenannte neutrophile Granulozyten oder auch kurz neutrophile genannt. Diese dienen im Blut als angeborene Immunabwehr von mikrobiellen Pathogenen. Sie können aber auch ins Gewebe einwandern und dort durch die Produktion von Sauerstoffradikalen zu unerwünschten Gewebezerstörungen führen, die dann wiederum in der Folge einen beispielsweise Entzündungsprozess antriggern können und chronifizieren können. Das heißt, diese Zellen haben einmal die positive Eigenschaft, eingedrungene Fremdkörper, Fremdkeime im Blut zu neutralisieren, indem sie sie umschließen, indem sie in Form eines sogenannten oxidativen Burst Sauerstoffradikale bilden und auf diese Art und Weise diesen eingedrungenen Fremdkeim abfüllen. Und schließlich und endlich wird dieser eingedrungene Fremdkeim, der umschlossen ist, der abgetötet wurde, von diesen Zellen auch schlicht und einfach gefressen. Deswegen heißen die auch Phagozyten oder Fresszellen. Das ist ihre Funktion im Blut. Und die andere Funktion im Gewebe ist die Funktion, die für bestimmte Prozesse nicht förderlich ist, sondern diese Prozesse sogar noch antriggern kann. Wir können einen sogenannten funktional neutrophilen Granulozyten im Labor herstellen. Dazu nimmt man eine bestimmte humane Zellkultur mit Promyelozyten. Das ist eine bestimmte Zelllinie, die heißt HL60. Und die kann man durch die Zugabe von Dimethylsulfoxid, hier abgekürzt ans DMSO, in Form von fünf bis sechs Tagen mit einer bestimmten Konzentration differenzieren zu funktionalen neutrophilen Granulozyten. Also Zellen, die nach einer Stimulation durch einen Phobolester in der Lage sind, in Form eines oxidativen Burst Sauerstoffradikale zu produzieren. Also genau so wie die Zellen, die im Gewebe eingedrungen sind. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich testen, inwieweit Wirkstoffe, welche diese endogen gebildeten Radikale entgiften können, tatsächlich wirksam sind, auch wieder über einen entsprechenden Test-Essay, wo man einen Farbumschlag messen kann, der in Relation steht zu der Anzahl der hier gebildeten Radikale durch diese Zellen. Nächstes Bild, bitte. Hier habe ich noch mal ganz kurz erläutert, was so ein oxidativer Burst ist. Auf der linken Seite sehen Sie ganz kurz dargestellt, Sauerstoff plus Wasser reagiert unter dem Einfluss eines bestimmten Enzyms zu Superoxid, das ist O2-, da fehlt sogar noch hier auf der Grafik das einsame Elektron und das gehört zu den reaktiven Sauerstoff Spezies und das wird von den Zellen selbst nach Stimulation gebildet. Auf der rechten Seite sieht man, wie so ein neutrophiler Granulozyt in Natura aussieht, bildet auch den Hauptanteil der weißen Blutkörperchen. Nächstes Bild, bitte. Wir haben dann Untersuchungen durchgeführt, inwieweit das Quant-Ark Armband in der Lage ist, diesen endogenen oxidativen Stress der nach Stimulation dieser Neutrophilen produziert wird, zu vermeiden. Dann sieht man links einmal die Kontrolle und rechts mit dem Quant-Ark Armband. Das, was hier grün dargestellt ist, das ist der basale Zellstoffwechsel dieser Zellen. Das heißt, der ganz normale Stoffwechsel, ohne dass irgendeine Stimulation da ist. Und das, was rot dargestellt ist jeweils, das ist gewissermaßen der Zellstoffwechsel bzw. die Aktivierung der Radikale, der Radikalbildung, sodass ein stärkerer Farbumschlag auftritt. Man sieht, in beiden Fällen ist der Balken rechts, der rote Balken, deutlich höher als der basale Zellstoffwechsel. Aber, auf dem nächsten Bild sieht man etwas Erstaunliches. Das nächste Bild bitte. Ja. Ich habe sozusagen den Anteil der Radikalbildung in Form des oxidativen Bursts hier nochmal zusätzlich gelb unterlegt, um es deutlicher zu machen. Da sieht man in der Kontrolle links, der oxidative Burst ist sehr viel höher, sprich die Radikalbildung ist sehr viel höher als unter dem Einfluss des Quantargarmbandes. Da ist die gelbe Fläche sehr viel kleiner. Wenn man das quantifiziert, stellt man fest, wir bekommen eine 75 prozentige geringere Radikalbildung durch das Quantargarmband in diesem Zellsystem. Und das finde ich außerordentlich bemerkenswert und erstaunlich. Nächstes Bild bitte. Damit möchte ich zusammenfassen. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen das große Potenzial des Quantargarmbands, die Wirkung von einem Überschuss an Radikalen, also oxidativer Stress, zu reduzieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die reaktiven Radikale aus der Umgebung, sprich Umwelt, der Zellen starren oder von ihnen selbst gebildet werden. Zudem wurde das Quantargarmband und seine verwendeten Materialien als biokompatibel getestet. Und das hat, wie auf dem nächsten Bild zu sehen, zu einem Testzertifikat geführt, was auch in verschiedenen Sprachen verfügbar ist, wo das, was ich Ihnen hier dargestellt habe, noch mal in einigen wenigen Worten dargestellt wird. Letztes Bild bitte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein darf und Ihnen über die neuesten Forschungsergebnisse bei uns berichten darf. Vielen herzlichen herzlichen So, ich möchte mich auch sehr bedanken für diesen tollen Bericht. Ich meine, wir sehen ja die Effekte vom Produkt und ich freue mich riesig, dass in Straßburg da noch ein paar Neuigkeiten dazukommen. also der, wo jetzt noch kein Ticket hat für Straßburg definitiv auf januli.com und das Ticket sichern. Also noch mal Herr Professor Dr. Dartsch, noch mal vielen, vielen Dank. Ich weiß, wir bekommen jedes Mal ein riesen, riesen Feedback auf die Trainings von Ihnen. Der Kundenservice wird auch ein paar Fragen an Sie weiterleiten von den Vertriebspartnern, weil wenn wir jetzt die Fragen jetzt öffnen würden, dann hätten wir die ganze Nacht wahrscheinlich Fragen und Antworten. Deswegen soll das über den Kundenservice gehen und wir fassen das dann in eine E-Mail an Sie zusammen. Sehr gerne. Wie ich schon sagte, ich bin gerne immer hier und berichte über die neuesten Untersuchungsergebnisse und ich freue mich jetzt schon auf Straßburg und auch dort haben Sie dann die Möglichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, mich sozusagen in vivo im richtigen Leben und nicht nur vor einem Computer sitzend zu erleben und können mir dann auch, wenn die Möglichkeit besteht, auch gerne die eine oder andere Frage stellen. Zum Essen sollte ich aber auch noch kommen in Straßburg. Das müsste auch noch klappen. Keine Angst. Das kriegen wir alles hin. Vielen Dank. Also vielen Dank nochmal und schönen Abend an alle. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Tschüss.